Ich bin genommen raus, aber ein Versuch ist es wert. Dann können wir mit der Außenwelt kommunizieren? Nicht ganz. Das hier ist kein Funkgerät. Also, ähm, wir können reden, müssen dann aber den Empfänger anstöpseln, um zu hören, ob irgendjemand eine Antwort zurückgesendet hat. Recht unwahrscheinlich, aber... Tja, mehr lässt sich wohl nicht machen, oder? Ja. Also, was soll ich sagen? Äh, es muss wie ein Notfall klingen. SOS vielleicht? Ich glaube, das ist so der Standard-Notfall. Hallo, wie geht's euch da draußen? Hier ist das, das ist ein SOS. Wir, wir, wir sind Betreuer im Hackett's Quarry Sommercamp. Und es gab einen schrecklichen Unfallangriff. Äh, Angriff ist echt übel hier. Ich, wir brauchen Hilfe. Äh, hier ist ein Bärenschwarm. Und sie sind, äh, überall. Hier sind auch lauter Jäger, die auf Bären schießen. Aber auch auf uns. Und das ist gar nicht gut. Und ein paar von uns sind verletzt. Und, ähm, wir brauchen dringend Hilfe. Also, bitte, hier sind, äh, fiese Bären. Und, äh, wir wissen nicht weiter. Ihr müsst uns helfen, SOS. Äh, das ist eine Notlage. Also, rettet uns, beeilt euch und helft uns. Das... Das klang wie so ein Fake-Alarm, ohne Scheiß. So, als wollte man die verarschen. Alter, es klang einfach original nach einem Fake. Wenn ich sowas hören würde, in der realen Welt, würde ich das nicht ernst nehmen. Ich könnte es nicht ernst nehmen. So. Im Bauhaus zackte er niemand. Im See auch nicht. Im Bootshaus auch nicht. Auf der Insel auch nicht. An der Feuerstelle auch nicht. Schattenlichtung. Felsfahrt. Campladen, Camphütten, Camplodge. Okay. Komm, hast du. Es ist, ähm, sorry, auf sowas. Reagiert doch keine Sau. Oh, oh. Hör nur. Hör nur. Was hat er... Hat er gesagt? Glorch? Ich weiß nicht, Moment. Die Westen mit zwei sind im Radio-Suppen bei den Hütten. Der West von ihnen ist verschollen. Die Westen pro Wissen. Oh, scheiße. Die haben uns gemeint. Fuck, fuck uns für eine Scheiße, Mann. Wer... Wie? Wir haben's beraten. Im verdammten Radio. Fuck. Ja, nein, nicht rausgehen. Richtige Redaktion. Ich, ich, ich war nicht sicher, Mann. Du, was ist sicher? Das ist schiss, die beobachtet. Okay, ganz ruhig. Wie kriegt das denn? Alles ist cool. Ich raste gerade nicht aus. Mir geht's gut. Uns geht's gut. Uns allen geht's gut. Bären klettern nicht. Tun Bären klettern? Ich glaub nicht, ne? Bären können nicht klettern. Oh mein Gott. Das Ding ist viel zu dünn für ein... Sag mal. Haben die noch nie Bär gesehen, oder was? Ich werd jetzt nicht schießen. Oh Gott. Was? Caitlin, Abby und Nick. Sie kommen den Weg rauf. Oh, scheiße. Sie sind auf dem Weg. Wir... Wir müssen sie warnen. Gehen die Lautsprecher? Oh, ja, okay. Ja, ja. Sag, sie sollen sich verstecken. Fuck, nein. Scheiße. Drückt die Taste. Caitlin, ihr müsst in ein Gebäude. Kommt nicht hier rauf. Da ist ein Tier außerhalb des Radioschuppens. Geht in eine... Geht in eine Hütte, los, schnell! Los, schnell! Leute, nein, ich stirb. Was ist das Wieso? Oh mein Gott. Was? Nicht drauf gehen. Okay, können wir denn gar nichts tun? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Es ist nur ein Tier, richtig? Ich meine, vielleicht können wir es verjagen. Äh. Äh, ja, wenn es ein Gehör hat. Ich meine, wie ein Hund. Ich meine, wir könnten eine hochfrequente Rückkopplung durch die Lautsprecher jagen und aufdrehen. Ja! Und wenn das mit richtig Schmerz hat. Was soll's? Was? Okay. Tu's. Okay. Ey, Leute, ne? Okay, komm, dann. Du schaffst das. Leute, ich krieg jetzt schon wieder hier Kopfschmerzen, weil ich total angespannt bin, weil das halt total heftig ist. Ey, dreh jetzt nicht durch. Du schaffst das schon. Genau, du schaffst das. Das ist alles gut. Ja. Durchatmen. Alles ist gut. Irgendetwas fehlt. Aber was? Mach. Hörner. Oh, fuck. Das ist gerade erzählt. Ja, parier es. Ich lenke es ab. Mach schon. Los, bei ihm. Okay. Ah. Oh, fuck. Was ist denn? Hörner. 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 Fuck. Oh, fuck. Oh, mein Gott. Was soll ich tun, was soll ich tun? Haltet dich auf, du musst dir abtrennen! Tritt dir ab, tritt dir ab! Nein! Vergiss es, ich nehm dir nicht den Arm ab! Das Kabel, das Kabel, hol das Kabel! Was? Das Kabel schlägt einfach des Dings rum! Mach ich! Was muss ich tun? Die Tasse, die Tasse! Oh! Lautsprechender Marsch! Hat gereicht! Gute Nacht! Gute Nacht! Ja, danke! Wir haben unseren Arm noch, das heißt, wir werden uns auch verwandeln! Hehehe! Ist es sicher? Ich denke schon, fürs Erste! Einer der Jäger hat uns erwischt! Ach, scheiße! Hat uns aus der Lodge gejagt! Wir sind ihn auf dem Weg losgeworden! Ist der Notruf raus? Ich glaub schon! Gut! Was zur Hölle war da oben los? Es kam aus dem Nichts! Oh Mann, wenn ihr das gesehen hättet! Dillen hat eine Rückkopplung erzeugt und das Vieh verjagt! Ja! Ja! Äh, Rückkopplung? Ach, weißt du, ich dachte, dass es... ... andere Tiere... ... ein feines Gehör hätte, also... Katelyn, wo ist dein Gewehr? Hab's verloren! Wir hatten Besuch von einem dieser Jäger! What the fuck? Hat sie auf uns geschossen? Nope! Wer ist da? Wer war sie? Sollten wir ihr folgen? Wahrscheinlich eher nicht! Wahrscheinlich eher nicht! Scheiße, Dillen, was ist das? Blut! Oh mein Gott! Blut! Oh mein Gott! Ähm... Alter Leute, das wird einfach immer besser, ne? Also, ohne Scheiß! Ich mein, wir haben es immerhin schon mal ganz gut gemeistert bis jetzt! Aber ohne Scheiß nur, ich bin hier so... Man merkt es ja nicht! Ich bin leicht am durchknallen! Ähm... Oh! Willkommen! Gibt wohl wieder weniger Gewirn auf der Welt! Lass uns doch mal sehen! Ohne Karten muss ich dich leider enttäuschen! Ab mit dir! Es gibt genug zu finden! Du musst nur suchen! Ich will aber nicht suchen! Wir blicken nur allzu gerne in die Zukunft! Dabei birgt auch die Vergangenheit große Geheimnisse! Vergiss das lieber nicht! Mhm! Also dann bis zum nächsten Mal! Ich bleib hier! Ich warte auf dich! Yay! Weil ich hasse die Alte, ne? Ich kann die nicht ab! Ohne Witz! Ich find die so... Ja! Kapitel 5! Ja, meine Trophäe! Yay! Nachtgebet! Nachtgebet! Gebet! Okay! Oh, wir sind... Jacob! Okay! Erstmal Titi! Ja, ich auch! Guck mal, der hat Haare auf der Brust! Und Nippel! Man sieht Nippel! Das ist nicht... Das ist nicht Twitch-konform, Jacob! Bitte f... Äh... Ja! Hab ich ne andere Wahl, als da lang zu gehen? Ne, ne? Nicht wirklich! Ich weiß gar nicht, wo sind wir überhaupt? Ach, wir sind auf der Insel! Oh no! Oh! Wird's ne Note Gute! Puh! Da will man echt nicht... Ähm... Siri aus der Uhr! Danke für dein Follow und herzlich willkommen bei uns! Sind wir gerade... Sind wir gerade... Poolhaus? Da sind jetzt... Alle anderen? Sind wir auf der Insel? Mit Jacob? Ne! Wo sind wir denn mit Jacob? Ähm... Ja... Ich hab keinen Plan, wo Jacob ist, Leute! Wege... Runter in den Kaninchenbau... Ähm... Genau! Jetzt konnten wir uns... Äh... Caitlin Abinett gelangt, sich in der Hütte zu verstecken, ohne dass die Kreatur sie bemerkte. Dylan wurde bei dem Versuch, die Rückkopplung zu erzeugen, von der Kreatur gebissen. Ja, helfende Hand. Ähm... Ryan beschloss, Dylans Hand nicht abzutrennen. Dylan war infiziert. Ja, sag ich ja. Fallen. Ja, man will generell nirgendwo runterfallen, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt so klug ist, hier rum zu spazieren. Leute? Sehr merkwürdig. Mistverdammt! Äh... Ich hab grad... Ich hab grad keinen Plan, wo wir sind, Leute, ne? Wir laufen einfach noch rum. Keine Ahnung. I don't know... Wo wir sind. Wir gucken einfach mal... Ich glaub... Ich weiß nicht... Ja... 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 Ich bin nicht froh, dich zu sehen. Scheiße, Mann! Au! Du hast mich im Stich gelassen! Emma, komm schon! Oh, Scheiße! Entschuldigung! Oh, Leute! Was zur Hölle ist hier los? Hey, kein Plan, okay? So ein Bär hat Nick und Abby attackiert. Ja, mich auch! Aber das war niemals ein Bär! Was? Wo? Wann? Warum? Sorry, ich bin froh, dass du hier bist. Ja, grad so. Ich mein, das Ding, das mich am Baumhaus angegriffen hat. Was, was war damit, Emma? Es war wie aus einem Horrorfilm. Ja, ja. Finde ich auch. Es war wahrscheinlich nur ein Bär, der sich bedroht gefühlt hat. Wie blöd kann man sein? Du weißt genau, dass das kein Bär war! Das stimmt, das stimmt. Und jetzt rennen hier diese Gottverdammt Jäger herum. Was für eine Party! Das hier waren die. Das ist echt viel Blut. Ja, zum Glück nicht meins. Hm, riecht irgendwie ziemlich streng, finde ich. Ähm, okay. Okay, wir müssen aus diesem Wald raus. Ah, meinst du, Sherlock. Sei doch nicht so aggressiv! Weißt du, Jacob? Du musst dich echt nicht immer wie das größte Arschloch aufhören. Shit, okay, weißt du was? Ist gut, okay? Hast recht. Tut mir leid. Du nervst unfassbar. Oh mein Gott, können wir das später diskutieren? Okay, ganz im Ernst. Ich suche dich seit ich von diesen Dingen zum ersten Mal gehört habe. Von den Dingern? Also Plural? Was wirklich? Oh. 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 Hi. Nein! Verstecken! Ich komme mir vor wie bei DVD. Ich komme mir vor wie bei DVD. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich bin so schwer. Oh, fuck! Scheiße! Oh! 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 Rausziehen! Komm! Oh mein Gott! Scheiße! Oh mein Gott! Scheiße! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh Mist ey! Oh! Okay! Wir wurden gefangen! Scheiße! Also ich gehe mal davon aus, dass er den jetzt verschleppt. Und die sind da am... Okay.